Hallo Leute, liebe Freunde des gepflegten grünen Teppichs, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge des Rasenpioniers. In der heutigen Folge geht es darum, wie ich eine Bodenanalyse für meinen Rasen durchführe. Warum ist das wichtig? Tja, eine Bodenanalyse gibt uns Aufschluss darüber, welche Zusammensetzung, welche Eigenschaften, welcher Nährstoffgehalt bei uns im Boden schlummern. Und gerade jetzt zum Saisonstart, wir wollen alle wieder loslegen, ist es wunderbar und auch wichtig zu wissen, wie mein Rasen drauf ist. Und deswegen entnehme ich eine Bodenprobe, schicke die in dem Fall immer in ein Institut bzw. Labor, dort wird es getestet. Ich bekomme meine Ergebnisse und kann mich danach wunderbar darauf einstellen, was mein Rasen in diesem Jahr benötigt. Wie das alles aussieht, erfahrt ihr in dem Video. Dranbleiben und viel Spaß. Bis gleich. Zu Beginn möchte ich euch gerne meine Hilfsmittel für die Bodenprobenentnahme vorstellen. Einerseits benötigt ihr einen Becher oder eine Schale, wie in meinem Fall, wo ihr die lose Erde rein tut. Als nächstes benötigt ihr einen Bodenprobennehmer, was in meinem Fall ein T-Stück ist aus Edelstahl, ähnlich einem Erifizierer, wo ihr dann die Art Kors rausholen könnt. Und zu guter Letzt benötigt ihr noch eine Art Schaber, wo ich mir einfach einen Metallhaken genommen habe. Ihr könntet aber genauso gut einen Schraubenzieher nehmen, mit dem ihr die Erde aus dem T-Stück hinaus manövriert. Als nächstes möchte ich euch zeigen, wie so eine Bodenprobenentnahme durchgeführt wird. Ich schnappe mir mein T-Stück und stecke es bis in den Anschlag in den Boden hinein, um so zu versuchen, knapp 10 cm Erde herauszuholen. Bei mir in dem Beispiel waren es wahrscheinlich bloß 6 oder 7, im Idealfall sollten es aber mehr sein. Danach schabe ich es meine Schale rein und prüfe, ob keine Wurzeln, Steine oder Grashelme drin sind. Auch ist es wichtig, wie ihr seht, dass ich Handschuhe trage, weil mein direkter Kontakt mit den Händen den pH-Wert der Probe beeinflussen kann und am Ende nicht das Ergebnis herauskommt, was ich mir vielleicht erhofft habe. Für ein gutes und ausgewogenes Ergebnis bei der Bodenanalyse ist es genauso wichtig, nicht nur 1, 2 oder 3 Stellen als Bodenprobe vom Rasen zu entnehmen, sondern eben in einer Art Zickzack oder einer Art Schlängenlinie über den Rasen zu gehen und mehr als 10 Stellen als Mischprobe einzusammeln. Dann hat man einen guten Mittelwert zur Bewertung der ganzen Rasenfläche. Im Folgen zeige ich euch, wie ich dann alles verpacke. Ich habe in dem Fall den Anbieter rasengrün.de gewählt, weil ich dort auch schon im letzten Jahr gute Erfahrungen gemacht habe und auch der eine oder andere Rasen-YouTuber dort seine ganzen Bodenproben einschickt. Das Schöne ist, man bekommt hier wirklich sehr viel Lieferumfang mitgeliefert. Auf der einen Seite bekommt man sehr, sehr viel Informationsmaterial, Anleitungen mit dazu. Man bekommt einen Probenbeutel, einen Laborauftrag, wo man es hinschicken soll und man hat auch schon alles vorfranchiert. Bei dem Bodenprobenbeutel ist es wunderbar, weil man durch die Markierung sehen kann, wie viel Boden man etwa einfüllen muss. Im Regelfall sollten es ca. 300 Gramm sein. Das kann man hier nochmal genau sehen bei der Markierung. Und dort füllt man dann einfach die ganze Erde herein und hat ein genaues Maß dafür. Um eine möglichst gute Frische der Bodenprobe zu gewährleisten, versuche ich, alle Luft aus dem Beutel heraus zu bekommen. Es gibt sogar Leute, die hier eine Vakuummaschine einsetzen. Zu guter Letzt verpacke ich dann alles in die vorfranchierte Versandtasche. Ganz wichtig ist, dass ihr darauf achten solltet, natürlich den Laborauftrag reinzupacken, denn danach wird dann eure Bodenprobe euch dann auch zugewiesen und ihr bekommt auch die richtigen Ergebnisse. So, und jetzt sind wir endlich auch da angelangt. Ich hoffe, dass ich euch zeigen kann, was ich am Endeffekt als Bodenanalyse bekommen habe. Ganz schön ist zu sehen. Ich habe euch ja gesagt, dass ich mit dem Anbieter Rasengrün sehr zufrieden war im letzten Jahr. Und auch dieses Jahr habe ich ihn wieder gewählt für die Bodenanalyse. Und das Schöne bei diesem Anbieter ist, dass man halt nicht nur eine standardmäßige Bodenanalyse bekommt, sondern es gibt unterschiedliche Formate, die man wählen kann zwischen Basic, Premium und Ultimate. Und je nachdem, was man dort auswählt, kann man halt auch unterschiedliche Sachen erwarten. Ich habe in meinem Fall den Premium-Variante gewählt und bekomme bei der Premium-Variante noch so etwas mit, wie dass ich einen App-Zugang bekomme. Das ist nämlich auch sehr interessant, das kann ich euch mal zeigen. Bei der App zum Beispiel ist es so, die kann man sich runterladen. Da stehen sehr, sehr viele Hilfsangebote mit drin. Sehr, sehr viel Wissen ist mit dabei, Pflegetipps, Düngung und so weiter und so fort. Wer Lust und Laune hat, kann das benutzen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch so etwas wie Bewässerungspläne, wo man sich dann Sachen anschauen kann, wie beispielsweise, ja, zu welchem Bewässerungszeitraum muss man wie wässern, wie ist sozusagen die Feldkapazität bei mir im Rasen und so weiter und so fort. Ich würde jetzt nicht auf jedes Thema im Detail eingehen, weil das, wie gesagt, bekommt ihr alles automatisch mitgeliefert. Ist wirklich eine tolle Sache, gerade für Leute, die hier neu unterwegs sind und noch nicht so viel Erfahrung mit Gras haben und generell mit der Pflege für Gräser. Es stehen hier auch nochmal unterschiedliche Gräser und wie hier zum Beispiel Hitzetoleranz drin ist. Also hier wird wirklich eine Menge mitgeliefert. Und das Schöne ist, um jetzt auch auf die Analyse mal einzugehen, ich habe euch mal rausgeholt, was ich im letzten Jahr als Analyseergebnis hatte und wie sich das zu diesem Jahr verändert hatte. Wenn ich jetzt hier mal einblende, im letzten Jahr waren das meine Werte gewesen als pH-Wert. Den hatte ich schon fast ein bisschen zu hoch gehabt. Also mit 6,8 lag ich deutlich über dem Idealwert. Wobei man hier sagen muss, hier gibt es wahrscheinlich auch Anbieter, die sagen 5,5 bis 6,5 ist in Ordnung. Vielleicht gibt es sogar welche, die noch höher hinausgehen. Der Anbieter hat einfach den Hinweis gegeben, dass ich keine Kalkung vornehmen musste im letzten Jahr, weil es etwas zu hoch war. Beim Phosphorbereich lag ich leicht unten drunter. Beim Kalium lade ich im Idealbereich. Und auch beim Magnesium war es so, dass es etwas hoch war und ich es reduzieren sollte. Und wie habe ich das Ganze jetzt in dem Jahr verändert gehabt? Ein Jahr später sieht es so aus, dass ich gerade beim pH-Wert wirklich in einem Idealbereich liege. Zwar an der oberen Grenze, aber wirklich im Idealbereich. Hier wird die Empfehlung gegeben, Erhaltungskalkung maximal zu machen. Also ich überlege, ob ich dann überhaupt in diesem Jahr kalken werde. Im Bereich vom Phosphor ist es so, dass ich genau im Idealbereich liege. Also wunderbar, steht auch okay da. Und normal muss ich also nichts dran ändern. Beim Kalium habe ich es ein bisschen übertrieben, weil ich gerade meinen Rasen für den Winter deutlich stärken wollte im Gegensatz zum letzten Jahr. Und hatte dann nochmal eine gute Düngung vorgenommen, bevor der harte Winter dann kam. Also deswegen vielleicht auch der hohe Wert zu erklären, warum der hier so hoch ist. Dort würde ich sicherlich in diesem Jahr etwas weniger machen. Und auch beim Magnesium ist es so, dass es leicht hochgegangen ist im Gegensatz zum letzten Jahr. Und ich auch hier nicht ganz so viel dieses Jahr tun muss. Außerdem wird in der Bodenanalyse auch noch mein Boden eingeschätzt. Also welche Bodenart ich habe und welche Eigenschaften damit zusammenhängen. Bei mir wurde auch schon im letzten Jahr festgestellt, dass ich einen sandigen Lehmboden habe. Der einerseits gut Wasserspeichern kann und auch ausreichend Nährstoffe hat, wie man ja hier unten auch dann sehen kann. Was ich allerdings machen muss, und da habe ich auch letztes Jahr schon begonnen und werde ich auch dieses Jahr weiterführen, und dann erifizieren, also ich muss meinen Rasen wirklich nüften, weil eben das Problem Staunnisse bei mir öfter auftritt. Und auch mit Honuminstoffe habe ich schon gute Erfahrungen gemacht und werde das in diesem Jahr auch weiterführen. Genau, und was ist sonst noch in der Bodenanalyse drin? Wenn man mal dann runter schaut, ist es so, dass man hier auch noch die Einstufung bekommt, was zum Beispiel diese Buchstaben hier oben bedeuten. Hier beim pH-Wert wird halt eine Anzeige gemacht. Es wird noch was zu dem pH-Wert erklärt, was das bedeutet, wenn man einen idealen Wert hat, was dort alles dann umgesetzt werden kann. Dann geht es weiter runter zu diesen anderen Werten, Phosphor-Werte, was da noch an Erklärung mit dabei ist, was man beachten sollte. Genauso beim Kalium, da wird auch angezeigt, dass es bei mir, wie gesagt, leicht drüber ist. Und beim Magnesium sieht das genauso aus. Die Analyse ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Wie gesagt, je nachdem, was man wählt, kann man dann eben auch noch andere Sachen testen lassen. Gerade beim Ultimate ist noch deutlich mehr dabei als hier. Was eben auch toll ist, man kriegt am Ende noch eine Düngeempfehlung. Natürlich muss man auch hier sagen, die Düngeempfehlung hat halt immer was mit irgendwelchen Herstellern zu tun. Einerseits Animatio, den ich aber auch schon so verwende, also von daher gute Erfahrungen mitgemacht habe. Die Firma Howard wird hier auch angegeben mit mineralischen Dünger. Und es gibt auch noch einen dritten Düngeplan, den man verwenden kann. Das sieht dann in Summe so aus, dass, wenn ich hier runtergehe, mir hier ein Vorschlag gegeben wird, wie ich das machen kann. Genauso bei den anderen Formaten. Hier kann natürlich jeder selbst überlegen, ob er das so nutzen möchte oder ob er es anders verwenden möchte. Was ganz schön ist, ich habe auch die Möglichkeit, hier einen Pflegeplan anzuschauen. Den kriege ich auch automatisch mitgeliefert. Und in diesem Pflegeplan kann man eben sehen, wie man sich im Jahr verhalten soll, wann man welche Maßnahmen durchführen soll. Das ist auch automatisch mit dabei. Und natürlich auch noch in etwas ausführlicherer Pflegeplan, wo auch noch ganz, ganz viele Sachen erklärt werden. Hier kann man mal die, ja, das Inhaltsverzeichnis sich anschauen. Ich würde jetzt, wie gesagt, auch hier nicht auf jeden Punkt eingeben. Es soll ja keine Werbeveranstaltung werden, sondern einfach für euch mal einen Überblick, was man hier alles bekommen kann. Was ich euch unbedingt noch zeigen wollte, was mir wirklich sehr gefallen hat, ist, dass auch noch ein Jahresplaner mit dabei gelegt wird. Das bedeutet, man hat hier eine Art Excel-Liste, die schon auch ausgefüllt ist. Hier gibt es einerseits die Empfehlung von der Bodenanalyse, also von Rasengrün. Auf der anderen Seite noch von der Deutschen Rasengesellschaft, was man ungefähr einplanen muss, sogar mit einer Kostenaufstellung, weil dann hier eben natürlich auch Hersteller eingefügt sind. Hier muss jeder selbst wissen, ob er die Hersteller dann drin behält oder ob er dann eher andere einsetzen würde. Aber an sich allein die Kalkulation in diese Excel, die schon vorausgefüllt ist, ist wirklich echt gut, ist kostenlos mit dabei, beziehungsweise kauft man irgendwie mit. Und ja, gerade für mich oder wahrscheinlich auch für andere Leute, die hier nicht ganz so viel Zeit aufwenden wollen, ist es natürlich eine gute Erleichterung, wenn man hier bloß noch Sachen individuell auf sich anpassen muss. Also auf jeden Fall eine schöne Sache. Grundlegend ist die Sache auch von mir als Empfehlung da. Also ich habe das letztes Jahr genutzt. Ich bin noch dieses Jahr sehr zufrieden mit dem, was ich hier bekommen habe. Für den einen oder anderen, den es interessiert, ich habe unten in meiner Videobeschreibung dann auch noch eine Verlinkung auf diesen Anbieter hier, wer Lust und Laune hat. Natürlich gibt es auch noch viele andere, die ihr nutzen könnt. Und ich sage euch noch nicht, dass das der Beste ist oder weiß auch immer. Aber wie gesagt, wer Lust und Laune hat, das auch immer zu testen. Ich bin zufrieden und kann es einfach auf jeden Fall weiterempfehlen. Und habt ihr jetzt auch Lust bekommen, eine Bodenanalyse durchzuführen? Oder habt ihr sogar schon eine durchgeführt? Falls ja, mich würde beides interessieren. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen dazu und teilt es mit den anderen. Schwupps und da ist das Video auch schon wieder fast vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst jetzt, wie man eine Bodenanalyse ausführt. Ihr könnt an meinem Rasen selbst erkennen, dass auch beim Rasenpionier so einiges dieses Jahr zu tun ist. Denn durch den Schneeschimmel im Winter habe ich auch einige Spots, wo ich einiges zu tun habe. Und die Bodenanalyse hilft mir persönlich, auch die Pflege daraufhin abzustimmen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, gebt mir gerne ein Like oder abonniert auch gerne den Kanal. Schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei. Auch da habe ich coole Storys, die ihr euch hier anschauen könnt. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.